Du kannst bei deinen Bedingungsabfragen auch Variablen verwenden. Erstelle dir dazu einen boolischen Wert als Variable, wie beispielsweise isAlive, also hier public bool isAlive. Den Namen der Variable kannst du natürlich frei wählen und diesen Wert setzen wir jetzt hier zu Beginn einmal auf true. Du kannst hier als Wert sowohl true als auch false, also 1 oder 0 zuweisen. Und diese Variable kannst du jetzt in einem if-Statement in einer Bedingungsabfrage auch verwenden. Beispielsweise könntest du hier im Startbereich jetzt schreiben, if isAlive gleich true, dann geben wir hier auf der Konsole etwas aus, wie beispielsweise print GameObject am Leben. Und wenn du dann dieses Script an ein GameObject hängst, machen wir das einmal, lösche ich das Script hier aus dem vorherigen Video und knüpfe das neue Script hier an. Jetzt siehst du hier auch im Inspector isAlive, da haben wir die Checkbox auf aktiv, denn wir haben ja hier diesen Wert festgelegt. Wenn wir also jetzt die Szene hier starten, dann siehst du auch in der Konsole GameObject am Leben. Das liegt an dieser Ausgabe, beziehungsweise an der Überprüfung dieser Variable. Würdest du hier eine Zeichenkette verwenden, dann wirst du auch diesen Gleichheitsoperator hier nutzen können. Verwendest du aber einen boolischen Wert, wie jetzt hier isAlive, dann kannst du dir eigentlich diesen Vergleich hier sparen. Du könntest auch isAlive in die Klammer hier schreiben. Gelesen heißt das Ganze dann, if isAlive true, dann wird das hier ausgegeben. Du siehst also, durch die Veränderung jetzt hier, haben wir keine Veränderung in der Konsole. Die Ausgabe bleibt gleich. Nun kannst du bei deiner Bedingungsabfrage einen boolischen Wert nicht nur überprüfen, ob dieser wahr ist, sondern auch, ob dieser falsch ist. Also true oder false. Das heißt, bei isAlive würde das Ganze ja so bei true aussehen. Und wenn wir jetzt hier als Ausgabe hätten GameObject nicht am Leben, dann sollten wir auch diesen boolischen Wert überprüfen, dass dieser false ist. Und das geht mit einem nicht gleich. Hier mit einem Ausrufezeichen und dann ist gleich. Damit sagen wir isAlive nicht true. Natürlich könntest du genauso schreiben, ist gleich, ist gleich und dann false. Also schreiben wir hier nicht gleich true. Dann siehst du jetzt, beim Start wird hier nichts ausgegeben. Würde ich aber die isAlive-Checkbox hier deaktivieren, klicke auf play, dann haben wir jetzt auch die Ausgabe. GameObject nicht am Leben beispielsweise. Okay, und auch hierfür gibt es eine kurze Schreibweise. Du musst hier nicht isAlive nicht gleich true schreiben, sondern du kannst hier ein Ausrufezeichen vor der Variable verwenden und dadurch negierst du diese Aussage. Also du nimmst quasi das isAlive und davon das Gegenteil. Das heißt, isAlive true und dann durch das Ausrufezeichen nimmst du das Gegenteil, also false und wenn das der Fall ist, wird das hier ausgegeben. Dann siehst du jetzt auch mit dem deaktivierten Haken, mit der deaktivierten Checkbox hier, wird dir das in der Konsole auch ausgegeben. Und wie bereits im vorherigen Video erklärt, kannst du jetzt in diesem Zusammenhang auch einen else-Block verwenden. Also du könntest hier ein else einfügen und dann ein weiteres print-Statement. Es gibt aber auch eine Kurzversion für so ein if-else-Statement. Und diese Kurzversion zeige ich dir jetzt einmal. Ganz wichtig, auch wenn du dann selbst diese Schreibweise nicht verwendest, es ist wichtig, sie zu kennen. Denn es könnte ja sein, dass du einmal fremden Code liest und dann ist sowas immer sehr hilfreich. Also diese Kurzschreibweise, die sieht folgendermaßen aus. Datentyp, Variablen, Name ist gleich eine Bullshit-Variable, Vergleichsoperator und dann eben true or false. Dann ein Fragezeichen, Rückgabe true bzw. Rückgabe false. Machen wir dazu ein Beispiel. Step by step nehmen wir an, wir haben einen Play-Mode. Und diesen Play-Mode möchten wir in Abhängigkeit von der is-alive-Variable, da möchten wir diesen dann zuweisen. Wenn is-alive gleich true ist, dann soll hier is-playing ausgegeben werden. Und wenn is-alive false ist, dann soll hier game-over ausgegeben werden. Das ist jetzt unser Beispiel, das heißt, du kannst hier die Struktur von oben verwenden und du schreibst dazu Datentyp. Ich möchte das hier in einer Zeichenkette abspeichern, also is-playing soll dann als Zeichenkette zurückgegeben werden und game-over als Zeichenkette. String und dann ein Variable Name, das soll unser Play-Mode hier sein, also String Play-Mode ist gleich die Bullshit-Variable. Die haben wir hier oben beispielsweise angelegt mit is-alive. Is-alive. Und diese vergleichen wir jetzt. Das heißt, wir machen jetzt eine solche Bedingungsabfrage im Endeffekt, also hier, is-alive und wenn is-alive true ist, dann soll is-playing zurückgegeben werden und sollte hier is-alive dann false sein, dann trennen wir das mit einem Doppelpunkt und hier dann game-over beispielsweise. Jetzt testen wir einmal, ob das hier funktioniert. Diesen Block klammere ich jetzt einmal aus. Und hier geben wir uns dann den Play-Mode aus. Okay, jetzt klicke ich hier auf Play. Du siehst, is-alive ist deaktiviert. Und wenn is-alive deaktiviert ist, dann ergibt hier dieser Vergleich ein False und wir sollten das hier ausgeben. Klicken wir auf Play. Wie du siehst, game-over. Aktivierst du aber jetzt die Checkbox, dann haben wir hier is-playing. Und das funktioniert eben, weil wir eine kurze Schreibweise für eine Bedingungsabfrage haben. Dieser Abschnitt hier, also diese eine Zeile, wäre das gleiche wie beispielsweise if is-alive equals true. Also wenn das hier true ist, dann sagen wir hier Play-Mode ist gleich is-playing. Und dann else Play-Mode ist gleich game-over. Also das hier würde diesen Abschnitt hier gleichen. Doch vorher müsstest du noch hier String Play-Mode schreiben, denn diese Variable verwendest du dann ja auch hier. Also klammere ich das Ganze jetzt hier einmal aus. Dann siehst du, mit diesen fünf Zeilen erhältst du jetzt das identische Ergebnis. Also wenn wir hier is-alive aktiviert haben, dann erhalten wir hier is-playing zurück. Und wenn wir das deaktivieren, dann erhalten wir hier game-over. Das heißt also, für diese Schreibweise, die du vielleicht schon kennst, diesen if-else, könntest du auch alternativ das hier schreiben. Ob jetzt diese Kurzschreibweise, also quasi alles in einer Zeile wirklich besser ist, das darfst du selbst entscheiden. Mir ist es nur wichtig, dass du das hier schon einmal gesehen hast und dann auch verstehst, was hier im Hintergrund passiert. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!